So, das ist der kleine Cyrano. Guck mal her, Zeig mal. Wo ist denn er? So, also Kinder. Mama ist da und ran an die Bar. So kann ich euch doch nicht filmen. Cyrano, tschakachaka. Guck mal her, hier, tschakachaka. Tschakachaka. Da ist sie. Oh, so müde. Tschakachaka. So müde. Ja, da ist der Tyranno. Hallo. Ja, euch ist noch zu, ne? Ja. Guck mal her. Zeig. Karin. Zeig deine Kinder. Komm mal her, sonst leg dich mal in die Schule. So. Jetzt sieht man sie, ne? Oder? So, jetzt. Komm mal her. Hier ist der Titti. Guck. Lecker, lecker, lecker. Lecker, lecker. Ja, lecker, lecker. Lecker, lecker. Lecker, lecker. Hey, tschakachaka. Hier ist die tschakachaka. Versteck die nicht so. Karin, ich muss die Babys zeigen. Guck. Hier. Der Tyranno. Der Tyranno. Ja. Tschakachaka macht sich weg an der Brust da unten. Komm mal her. So. Guck. Jetzt. Mmh. Lecker, lecker. Mmh. Lecker, lecker. Die anderen, die toben so laut, ne? Ist ja auch schönes Wetter draußen. Mmh. Guck. Lass man so. Lass man so. Hier hoch. Guck. Fein. So, Karin, dich zeigen wir auch mal mit, ne? Karin. Karin. Stolz? Ja. Sag mal ja. Karin. Sag mal tschüss. Tschüss. Tschüss.